Hallo da draußen, es ist wieder Erklärvideo Zeit und wenn du die anderen geschaut hast, dann weißt du ja wie wichtig die sind. Ich erwähne es auch nur ein paar mal, aber glaub mir, dieses hier ist das Erklärvideo aller Erklärvideos. Weil hier kann so viel daneben gehen, es kann sogar passieren, dass du dich so verschneidest, dass du den Stoff dann am Ende nicht mehr verwenden kannst. Aber dabei will ich doch unbedingt, dass du Spaß hast und ein super schönes selbstgenähtes Kleidungsstück bei dir zu Hause hast. Deshalb machen wir das jetzt ganz schnell gemeinsam. Es ist zugegebenerweise ziemlich theoretisch, aber dann in der Mitte wird es besser, weil du dann jeden Schritt mit mir gemeinsam machen kannst. Also wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns gleich, wenn du es geschafft hast. Ich habe mir diese süßen Babyschnitte ausgedruckt, damit du einen besseren Überblick hast, aber auch weil das Ganze ansonsten nicht auf die Kamera gepasst hätte. Und deshalb sei nicht verwirrt, wenn das Ganze bei dir um einiges größer ist. Die Schnitte sind immer in der Mitte des Papiers angeordnet. Und wie du vielleicht erkennen kannst, zeigen sie immer nur die Hälfte des Kleidungsstücks. So sparen wir uns beim Ausschneiden Zeit, weil wir den Stoff nicht einlagig ausbreiten, sondern wir falten ihn in der Mitte, sodass wir durch einmal schneiden gleich beide Körperhälften ausgeschnitten haben. Und jetzt kommen wir zu einem der absolut wichtigsten Dinge bei den Schnitten, und zwar dem Fadenlauf. Den Fadenlauf erkennst du an diesem super dicken Pfeil, auf dem auch noch Fadenlauf draufsteht. Und er ist wirklich wichtig, weil er uns zeigt, wie wir die Schnitte auf den Stoff legen müssen. Denn jeder Stoff hat eine Richtung, in der er am meisten Stabilität hat. Diese Richtung ist der Fadenlauf. Und der Fadenlauf läuft immer parallel zu dieser Kante, und zwar ist es die Webkante. Die Webkante ist immer die Längskante vom Stoff. Also die Kante, die auf der Rolle rechts und links ist, und nicht die Kante, an der der Stoff abgeschnitten wird. Um dir das Platzieren der Schnitte nochmal ganz genau erklären zu können, habe ich hier den Stoff so gefalten, dass er auf die Kamera passt. Das ist aber wirklich nicht so, wie wir das dann später machen sollen. Wie genau es richtig gehört, erkläre ich alles noch später im Video. Jetzt ist nochmal wichtig, dass du wirklich verstehst, wie wir die Schnitte auf den Stoff legen müssen. Und zwar immer so, dass der Pfeil für den Fadenlauf parallel zur Webkante ist. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich glaube, du hast jetzt verstanden, dass mir das wichtig ist. Und warum kannst du hier nochmal sehen? Die Diagonale des Stoffes ist die instabilste Stelle. Wenn du ein Schnittteil in diese Richtung ausschneidest, dann kann es sein, dass es zum Schluss viel länger ist als die anderen Schnitte, weil sie durch die Instabilität immer länger und länger werden. Normalerweise ist die Webkante wie bei diesen Schnitten gut zu erkennen. Aber manchmal, speziell bei Jersey, ist es fast unmöglich, die Webkante von der Schnittkante zu unterscheiden. Deshalb markiere ich dir die Webkante bei meinem Stoff mit einem kleinen Zettel. Da steht dann drauf, wo der Fadenlauf entlangläuft. Und außerdem findest du alle wichtigen Informationen, die du fürs Waschen von diesem Stoff brauchst. Aber ich markiere dir damit nicht nur den Fadenlauf, sondern auch die schöne Seite vom Stoff. Denn jeder Stoff hat eine Seite, die später außen sein soll. Die nennen wir die schöne Seite. Und eine falsche Seite, die soll später innen sein. Du musst dich aber überhaupt nicht an meine Empfehlung halten. Du entscheidest, welche Seite dir besser gefällt und somit außen sein soll. Wenn du dir einen Stoff kaufst, aber die Webkante einfach nicht erkennen kannst, dann merke dir, wie er aufgerollt ist und unterscheide es so zwischen Webkante und Schnittkante. Oder du fragst einfach die Verkäuferin. Und damit man zuschneiden auch wirklich nicht schief gehen kann, habe ich die Schnitte so auf dem Papier angeordnet, wie wir sie später dann auch auf den Stoff legen. Links und rechts von den Schnittmustern findest du dann zwei Linien, die die Stoffkanten darstellen. Sie zeigen einen Stoff, der 140 cm breit ist, weil das die gängigste Breite bei Stoffen ist. Aber wie vorhin schon erwähnt, falten wir unseren Stoff und deshalb haben wir hier keine 140 cm, sondern nur 70 cm. Irgendwo an dieser Linie findest du dann eine kleine Beschriftung, die dir zeigt, welche Linie für die offenen Stoffkanten steht und welche für die Faltkante steht. Und damit du auch nach dem Ausschneiden der Papierschnitte weißt, wie man die Schnitte auf den Stoff legen muss, findest du unten im Exo einen kleinen Schnittlageplan. Der zeigt dir, wie genau die Schnitte zwischen diesen beiden Linien angeordnet werden müssen. Am besten schneidest du diesen Plan aus und legst ihn dann gemeinsam mit den Papierschnitten in die Mappe. So kannst du dieses Kleidungsstück so oft du willst nähen und weißt immer, wie man die Schnitte auflegen muss. Und wie du auf diesem Schnittplan vielleicht erkennen kannst, hat normalerweise jeder Schnitt alle Größen von XS bis XL. Doch manchmal ist der Stoffverbrauch der unterschiedlichen Größen so groß, dass ich mich in solchen Fällen dazu entschieden habe, die Größen aufzuteilen. Wie zum Beispiel bei diesem Sweatshirt. Das Ganze macht aber für dich eigentlich überhaupt keinen Unterschied, nur dass du dann im Online-Shop wählst, ob du von XS bis M haben möchtest oder von L bis XL zum Beispiel. Neben dem Schnittlageplan findest du unten auch noch ein Informationsblatt zum Ausschneiden. Da drauf stehen alle wichtigen Informationen für dieses Kleidungsstück. Zum Beispiel, welches Zubehör und wie viel Stoff du brauchst, aber auch welche Voraussetzungen der Stoff haben muss und eine schriftliche Nähanleitung. Das Ganze gibt es dann einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Alle Schnitte haben die sogenannte Nahtzugabe schon enthalten. Eine Nahtzugabe ist das, was man an jedem Schnitt rangeben muss, damit man zwei Teile zusammennähen kann. Denn wenn man das nicht hätte, müsste man irgendwie in der Luft nähen und da das nicht funktioniert, brauchen wir sie. Bei Dein Atelier nähen wir prinzipiell immer mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Außer im Video oder in der schriftlichen Anleitung sage ich etwas anderes. Alle Schnitte sind genau mit diesen Nahtzugaben konstruiert. Deshalb schauen wir, dass wir so genau wie möglich zuschneiden, denn ansonsten kann es passieren, dass so gar nichts mehr stimmt. Und das klingt jetzt alles viel komplizierter, als es ist. Im Endeffekt müssen wir einfach nur entlang des Papiers schneiden. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Jeder Schnitt hat verschiedene Linien in verschiedenen Farben. Jede Farbe steht dabei für eine Größe. Welche Farbe für welche Größe steht, findest du immer in jedem Schnitt in irgendeiner Ecke. Um den Schnitt in der richtigen Größe zu haben, schneidest du einfach entlang der Linie in deiner Größenfarbe. Und alles in dieser Farbe betrifft dich. Alles in schwarz betrifft alle Größen. Manchmal hat ein Schnitt zum Beispiel eine gemeinsame Linie, die ist dann schwarz und da musst du natürlich auch entlang schneiden. Und ebenfalls in schwarz sind alle Beschriftungen, weil sie natürlich für alle Größen relevant sind. In der Mitte jedes Schnittes findest du die Beschriftung zu diesem Schnittteil. Als erstes steht drauf, um welches Label es sich handelt. Dein Atelier, das dachten sich wahrscheinlich schon die meisten. Dann welches Schnittteil es ist. Hier das T-Shirt. Und dann welches Teil von dem T-Shirt. Hier haben wir jetzt das Rückenteil. Und diese kleine niedliche Schere gibt an, wie oft man dieses Teil ausschneiden muss. Hier steht jetzt zweimal. Das heißt, wie vorhin schon erwähnt, dass wir es einmal auf unseren gefalteten Stoff legen und so kriegen wir durch einmal ausschneiden zweimal das gleiche Schnittteil. Die Schere zeigt dir außerdem, was du ausschneiden musst. So kann in der Beschreibung zum Beispiel mal folgendes stehen. Hier müssen wir dasselbe Schnittteil zweimal in Stoff und zweimal in Bügeleinlage zuschneiden. Eine Bügeleinlage brauchen wir immer dann, wenn ein Schnittteil verstärkt werden muss. Das kann aus den verschiedensten Gründen sein. Und deshalb zerbrichst du dir darüber am besten gar nicht den Kopf. Es ist nur wichtig, dass du sie bitte, bitte nicht weglässt und dass du weißt, dass sie genau wie ein Stoff eine richtige und eine falsche Seite hat. Die richtige Seite fühlt sich weich an ohne Kleber und die falsche Seite fühlt sich durch die Kleberschicht etwas rau an. Außerdem ist es ganz wichtig, dass auch die Bügeleinlage eine stabile und eine instabile Richtung hat. Die stabile Richtung verläuft, auch wie beim Stoff, entlang der Längskante. Man sieht sie ganz deutlich durch die Überschriftung, die sie an der Seite hat. Man erkennt aber auch durch das Ziehen in verschiedene Richtungen, welche die stabile und welche die instabile ist. Es ist also auch hier ganz wichtig, dass du bitte auf den Fadenlauf achtest. Es gibt wirklich unzählige Arten von Einlagen und welche du für dieses Kleidungsstück brauchst, findest du immer im Informationsblatt. So, und jetzt wird es kurz so richtig ernst, denn wenn du bei dem nächsten Schritt nicht ganz genau verstehst, was ich mache, dann kann es leider wirklich passieren, dass du später beim Zuschneiden dich so verschneidest, dass der ganze Stoff für den Müll ist. Und das ist wirklich mein schlimmster Albtraum. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt kurz so richtig. Also wenn du dieses Symbol in der Beschreibung siehst, dann sollte in deinem Kopf sofort so eine... Entschuldigung für die Geräusche, wenn Hund versucht, in mein Büro einzubrechen. Also wenn du dieses Symbol in der Beschreibung findest, dann sollte in deinem Kopf sofort so ein... Wiu-Wiu-Alarm losgehen. Denn das heißt, dass du dieses Schnittteil nicht wie normalerweise auf den Stoff legen darfst, sondern dass die Kante, die das gleiche Symbol hat, nur einmal in riesengroß direkt an die Faltkante gelegt werden muss. Du denkst dir jetzt sicher, und warum mache ich das dann bitte nicht mit allen Schnittteilen? Tja, weil wir dann einfach einen riesengroßen Stoffverbrauch haben. Und weil uns die Natur mit ihren Ressourcen am Herzen liegt, wollen wir das natürlich nicht. Und nochmal kurz zusammengefasst. Wenn du dieses Symbol an einer Kante siehst, dann muss diese Kante direkt an der Faltkante liegen. Sie darf weder an der offenen Stoffkante liegen, noch darf das Schnittteil irgendwo mitten im Stoff liegen. Und außerdem darfst du niemals, niemals in die Faltkante reinschneiden. So, das war jetzt wirklich anstrengend. Nicht nur für dich, sondern auch für mich, glaub mir. Aber ab jetzt wird es super leicht. Und wir fangen gleich mit der ersten super leichten Frage an. Und zwar, warum hat jede Seite einen Buchstaben? Sie sollen dir helfen, damit du immer ganz genau weißt, von welcher Kante ich gerade spreche. Wenn ich also im Nähvideo sage, jetzt schließen wir die Seitennähte, dafür nähen wir die beiden Kanten mit dem Buchstaben B zusammen, dann weißt du ganz genau, was du machen musst. Der Buchstabe E steht immer für den Saum. Ich dachte, das kannst du dir irgendwie merken im Sinne von E wie das Ende, also das Ende vom T-Shirt ungefähr. Manchmal stehen auch zwei Buchstaben an einer Kante, wie zum Beispiel hier. Das heißt einfach, dass man diese Kante mit der darunterliegenden Kante verschließen muss. Eine Naht zu schließen oder verschließen heißt übrigens nichts anderes, als sie zusammenzunähen. Als letztes erkläre ich dir noch schnell die Knipse und dann geht's auch endlich ans Stecken und Zuschneiden. Die Knipse sind kleine Markierungen am Rand. Sie dienen als Orientierungspunkte, wenn wir zwei Kanten zusammenstecken, um sie aneinander nähen zu können. Jeder Knips hat einen passenden Knips an der dazugehörigen Kante. Knipse sind immer da, wo wir ohne sie aufgeschmissen werden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du keinen einzigen vergisst. Man markiert sie im Stoff, nachdem man das Schnittteil ausgeschnitten hat. Und zwar, indem man sich eine Schere nimmt und dann für circa 3 mm in den Stoff direkt an der Markierung reinschneidet. Wenn ein Schnittteil im Bruch geschnitten wird, also direkt an der Faltkante, und eine Markierung in der vorderen Mitte braucht, dann sieht hier der Knips so aus wie ein kleiner Pfeil. Der ist entweder in deiner Größenfarbe oder er ist in schwarz. Dann gilt er natürlich wieder für alle. Um sie zu markieren, schneidest du in die Faltkante wieder so circa 3 mm ein. Und am besten kontrollierst du nochmal, ob du auch wirklich keinen Knips vergessen hast, bevor du die Schnitte von dem Stoff nimmst. Und jetzt ist es wirklich geschafft! Alle rein theoretischen Erklärungen sind vorbei und wie du vielleicht weißt, gibt es bei deinem Atelier die Möglichkeit, ein paar Kleidungsstücke zu verändern. Wenn du das machen möchtest, dann pausiere jetzt dieses Video, verändere deinen Schnitt und schau dann weiter, wenn du ihn perfekt findest. Denn ab jetzt kannst du rein theoretisch parallel mit mir jeden Schritt gemeinsam machen. Aber wenn du deinen Schnitt genauso wie er es gut findest, dann kannst du jetzt gleich mit mir weitermachen. Und der allererste Schritt ist, dass wir mal die Schnitte in unserer Größenfarbe ausschneiden. Wenn wir das haben, dann müssen wir die Schnitte bügeln, denn sie sind durch das Falten ziemlich zerknittert. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass du das machst, denn ansonsten stimmt später nichts mehr beim Nähen. Und wenn wir das dann haben, dann schnappen wir uns unseren Stoff, denn den müssen wir jetzt entweder waschen oder mit ganz viel Dampf bügeln. Ich persönlich tendiere ja eher zum Bügeln, denn Waschen ist ganz schön viel Arbeit. Aber eins von beiden müssen wir auf alle Fälle machen. Denn manche Stoffe können eingehen. Und wir wollen natürlich, dass sie das vor dem Zuschneiden machen. Wenn du dich fürs Waschen entscheidest, dann vergiss nicht, dass du den kleinen Zettel abnimmst und dir eine Markierung machst, damit du auch nach dem Waschen weißt, wo der Fadenlauf langläuft. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass du weißt, wie man bügelt. Das Einzige, das ich vielleicht dazu sagen kann, ist, dass du nicht dran ziehen sollst, denn sonst kann er ausleiern. Und dass du die Hitze verwendest, die auf dem kleinen Zettelchen steht. Den gebügelten Stoff falten wir dann so, dass die richtige Seite außen ist, die falsche Seite innen und dass die beiden Webkanten aufeinander liegen, so dass die Faltkante parallel zu den Webkanten ist. Wenn das passt, dann geht's ans Stecken. Und ich sag's gleich, Stecken und Zuschneiden macht so überhaupt keinen Spaß. Deshalb schnapp dir jetzt ein Glas Wein oder einen Kakao und mach dir so eine richtig gute Serie an. Denn es ist wirklich nicht unterhaltsam, aber es muss natürlich gemacht werden. Und je genauer du das jetzt machst, desto mehr Spaß hast du später, weil das Nähen so, so viel einfacher ist. Vor dem Stecken müssen wir die Schnitte erstmal richtig auflegen. Aber bitte denk daran, was wir vorher alles zu diesem Thema besprochen haben. Zum Beispiel, dass Schnitte mit diesem Symbol direkt an die Faltkante gelegt werden müssen. Oder wie wichtig es ist, dass alle Fadenlaufpfeile parallel zur Webkante sind. Ich messe wirklich immer ganz genau nach, ob oben beim Pfeil und unten beim Pfeil der Abstand zur Webkante der gleiche ist. Und wenn du dir bei irgendetwas unsicher bist, dann hast du ja noch den Schnittlageplan, auf dem du ganz genau siehst, wie sie auf den Stoff aufgelegt werden müssen. Sind alle Schnitte richtig platziert, dann können wir mit dem Stecken beginnen. Ich verwende immer Steckknallen mit einer Länge von 30 Millimetern und einer Stärke von 0,5. Aber du verwendest natürlich die, die du am besten findest. Vielleicht nicht gerade die mit diesem riesen Kopf am Ende. Die sind in der Modewelt total verpönt. Aber das sagt natürlich überhaupt nichts aus. Sie sind einfach mega unpraktisch. Und ich habe mich echt immer gefragt, warum die so als Einsteigersteckknallen gelten. Weil die machen alles viel schwieriger anstatt leichter. Tja, jetzt geht es aber trotzdem an Stecken. Und zwar stecken wir immer einen halben Zentimeter von der Kante entfernt. So sind wir uns sicher, dass wir keine Spuren im Stoff hinterlassen. Es ist ganz wichtig, dass du mit der Nadel einmal rein und wieder rausgehst, damit das Papier auch wirklich gut am Stoff befestigt ist. Und außerdem müssen wir darauf achten, dass keine Beulen durch das Stecken entstehen. Denn das könnte den Schnitt wieder verändern. Manchmal hilft es, wenn man mit der Stecknadel rein, raus, rein, raus geht, bis der Stoff wirklich glatt da liegt und dann erst mit der Nadel wieder raus geht. Ein paar Wellen werden sich immer durch das Stecken bilden, aber versuch einfach, dass sie so gering wie möglich sind. Und natürlich dürfen die Stecknadeln nicht aus dem Papier rausschauen, damit wir später entlang der Kante schneiden können. Und genau so stecken wir jetzt jedes Schnittteil einmal rundherum an den Stoff fest. Am Anfang muss man noch austesten, wie viele Stecknadel man braucht, um ein stabiles Gefühl beim Ausschneiden zu haben. Wichtig ist, dass du nicht zu viele nimmst, damit das Aufbeulen nicht zu stark wird, aber auch nicht zu wenig, damit du später einfach viel genauer zuschneiden kannst. Und so schaut das Ganze dann aus bei Schnitten, die nicht im Bruch ausgeschnitten werden. Und die Schnitte, die im Bruch ausgeschnitten werden müssen, liegen natürlich schon wunderschön auf der Faltkante. Und eigentlich ist alles ganz genau wie vorhin. Das Einzige, auf das du achten musst, ist, dass die Faltkante auch in der Mitte ganz genau auf dem Papier liegt und dass du natürlich bei der Faltkante nicht ganz so viele Stecknallen brauchst. Und dann geht es auch schon ans Zuschneiden. Eigentlich kann ich jetzt auch gar nicht mehr viel sagen. Wenn du alles richtig aufgelegt hast und richtig gesteckt hast, dann musst du jetzt einfach nur mehr einmal drum herum schneiden. Du wirst schnell merken, dass Ausschneiden eine absolute Übungssache ist. Es wird mit jedem Mal leichter, aber wenn du das Gefühl hast, es geht wirklich überhaupt nicht, dann kann das an deiner Schere liegen. Die sollte immer möglich scharf sein. Es gibt aber auch einen kleinen Trick, der das Schneiden leichter macht. Und zwar legst du dafür als allererste Lage Zeitungspapier aus, dann den Stoff darauf und dann die Schnitte. Diese drei Lagen steckst du dann gemeinsam und schneide es gemeinsam aus. Das gibt dem Ganzen Stabilität und macht somit das Ausschneiden viel leichter. Ich persönlich kann dir übrigens nur einen Rollschneider fürs Zuschneiden empfehlen, denn damit geht alles so viel leichter und vor allem auch viel schneller. Aber dafür braucht man halt wieder eine spezielle Schneidematte, denn man kann nicht auf jeden Untergrund schneiden. Und diese Schneidematte und der Rollschneider kosten halt wieder was. Und deshalb verstehe ich es absolut, wenn du bei der Schere bleiben willst, denn damit geht es genauso gut. Trotzdem zeige ich dir jetzt schnell, wie man mit einem Rollschneider schneiden würde. Du brauchst übrigens überhaupt keine Stecknadeln, um mit dem Rollschneider zuzuschneiden, denn die Schnitte werden mit Hilfe von Gewichten auf dem Stoff fixiert. Und diese Gewichte können wirklich alles sein. Ich persönlich schneide aber gerne mit dem Lineal und dem Rollschneider und dafür muss ich die Schnitte trotzdem feststecken. Ich habe aber dann anstatt von, keine Ahnung, 20 Nadeln, nur 4 Nadeln pro Schnittteil. Aber egal, für welche Schneidetechnik du dich entscheidest, es ist bei beiden wichtig, dass du in keine Nadel reinschneidest, denn ansonsten machst du dir die Klingen kaputt. Und wenn wir mit dem Ausschneiden fertig sind, dann können wir jetzt die Knipse markieren. Ich glaube, das habe ich vorher schon ganz gut erklärt. Wir schneiden einfach in die kleinen Markierungen, natürlich in unserer Größenfarbe, so circa 3 mm rein. Und wenn du fertig bist, dann bitte kontrolliere nochmal, ob du auch keinen vergessen hast. Ich weiß ja nicht, ob du mit mir gemeinsam zugeschnitten hast oder dir nur das Video angeschaut hast, aber falls du mit mir zugeschnitten hast, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, es war gar nicht so schlimm, wie ich gesagt habe und dass die Serie gut war, die du daneben geschaut hast. Ich bin übrigens immer für Tipps offen. Serien sind immer gut. Und jetzt kommt schon der letzte Schritt in Bezug auf Schnitte ausschneiden und stecken. Denn wir markieren uns jetzt die richtigen Seiten von jedem Stoffteil. Glaub mir, du wirst später so dankbar sein. Es ist ein Mini-Aufwand und macht später alles so viel leichter. Du kannst dich sicher noch erinnern, dass wir den Stoff vor dem Stecken so gefalten haben, dass die richtige Seite außen ist und die falsche Seite innen. Und deshalb wissen wir, dass von dem oberen Stoffteil das die richtige Seite ist und von dem unteren das die richtige Seite. Bei beiden stecken wir jetzt einfach eine Stecknadel irgendwo hin, am besten mittig, dann geht sie uns nicht im Weg um, damit wir später, wenn wir den Papierschnitt von dem Stoff runternehmen, wissen, welche Seite richtig und welche Seite falsch ist. Und genau das gleiche machen wir jetzt natürlich mit jedem einzelnen Schnittteil. Lass die Papierschnitte aber noch am Stoff dran, damit du später nicht durcheinander kommst, welcher Schnitt welcher ist. Und erst wenn ich im Nähvideo sage, dass wir jetzt dieses Schnittteil brauchen, kannst du das Papier von dem Stoff nähen. Und das war schon alles, was du machen musst, bevor es ans Nähen gehen kann. Übrigens erkläre ich in den Nähvideos wirklich nur das Nähen und ich gehe davon aus, dass du mit deinen Schnitten all das machst, was wir gerade gemeinsam gemacht haben. Und jetzt sind wir wirklich bei dem allerletzten Schritt angelangt. Und zwar, wie wir zwei Stoffteile aneinander stecken. Du würdest jetzt das Nähvideo einschalten und dann sage ich dir, welche Kante mit welcher Kante genäht werden muss. In diesem Fall würde ich jetzt sagen, wir nähen die hintere Mitte zusammen, also wir nähen Kante A an Kante A. Dafür kannst du jetzt das Papier von dem Stoff nehmen. Dann legen wir die beiden Stoffteile so auf den Tisch, dass die richtigen Seiten nach oben schauen. Also, dass die Nadel, mit der wir vorher die richtige Seite markiert haben, zu uns schaut. Damit später bei unserem Kleidungsstück die richtige Seite auch wirklich außen ist, müssen wir die beiden Stoffteile so aufeinander legen, dass die richtigen Seiten innen sind. Bevor wir aber irgendetwas stecken können, müssen wir schauen, dass die beiden Kanten, die wir vernähen wollen, ganz genau übereinander liegen. Wenn du merkst, dass sie unterschiedlich lang sind, dann ist dir leider irgendwo ein Fehler unterlaufen. Und wenn dieser Fehler kleiner als 0,5 cm ist, dann ist das kein Problem. Die eine Kante kann dann einfach oben und unten ein bisschen rausschauen. Aber alles, was größer als das ist, musst du leider ausgleichen. Am besten machst du das, indem du die Schnitte wieder auf den Stoff legst und dir anschaust, wo du gegebenenfalls zu viel oder zu wenig weggeschnitten hast. Im besten Fall hast du einfach zu wenig weggeschnitten, dann kannst du das Ganze jetzt richtig zuschneiden. Aber wenn du zu viel weggeschnitten hast, dann ist das Ganze ein bisschen blöder, weil dann musst du irgendwie probieren, die andere Seite anzugleichen. Wenn die Kanten dann ganz genau aufeinander liegen und alles schön flach ist, können wir mit den Stecken beginnen. Zuallererst stecken wir am Anfang oder am Ende eine Stecknadel. Danach würden wir alle Knipse aneinander stecken und falls wir keine haben, dann stecken wir eine in der Mitte der Kante. Und dann können wir die ganze restliche Länge stecken. Genau wie vorhin beim Schnitte an den Stoffstecken, gehen wir auch hier einmal rein und wieder raus mit der Nadel, damit auch wirklich nichts verrutscht. Wie du siehst, stecke ich die Nadel immer so, dass der Kopf außen ist. So können wir ganz einfach die Nadeln, bevor der Fuß drüber nähen würde, rausziehen, denn ansonsten könnten Löcher oder Abdrücke entstehen. Und auch genau gleich wie vorhin ist es hier wichtig, dass keine Beulen entstehen. Das heißt, weder zwischen den Stecknadeln noch durch die Stecknadeln soll sich irgendetwas aufbeulen. Also immer, immer schauen, dass alles schön flach ist. Wie viele Stecknadeln du brauchst, ist von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Bei Jersey braucht man zum Beispiel durch den Stretch mehr als bei Baumwolle. Aber das Ganze ist auch eine Übungssache, also probiere am Anfang mal, dass du so viele Stecknadeln wie ich verwendest und dann siehst du, wie es dir damit geht. Ein Anzeichen dafür, dass du zu wenige Stecknadeln verwendet hast, ist, wenn du die zwei Kanten wirklich ganz glatt aneinander gesteckt hast und sie auch die gleichen Längen hatten und dann plötzlich beim Nähen solche Wellen entstehen. Also wenn du öfters mit diesem Problem kämpfst, dann probiere doch einmal mehr Nadeln als sonst beim Stecken zu verwenden. Und du hast es geschafft, du weißt jetzt alles, was du zum Thema Schnitte wissen musst. Falls du irgendwelche Anregungen hast, bezüglich Dingen, die du nicht so verstanden hast oder besser erklärt haben möchtest, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du sie auf der Facebook-Community postest oder mir per E-Mail schreibst. Denn damit hilfst du nicht nur dir und mir, sondern auch allen anderen Mitstreitern. Jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß mit den anderen Erklärvideos oder mit deinem ersten Nähvideo. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich. Bis bald. Tschüss.